Hey Leute, willkommen zurück zu Zelda Parallel Worlds, bla 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 bla, ähm... Ja, he he, so, aha, ich freu mich, denn wir haben diesen scheiß Dungeon geschafft, den hier, äh, stirb Dungeon, stirb, ich versink dich jetzt im See, äh, äh, nein, ähm, ja, wir haben den Dungeon geschafft, wir werden erstmal Schüsse ab und, ja, wir sind raus, endlich, raus aus diesem scheiß Dungeon, darüber freu ich mich. Und was ich für diesen Part geplant hab, war folgendes, ähm, ich will da immer noch rüber, ähm, ich mach mal ein Save-State hier, dann gucken, ob ich hier rüberkomme, ey, da komm ich rüber, das weiß ich, glaub ich, bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich da rüberkomme, bam, ha, ich Idiot, haha, ich voll Idiot, aua, ich komm hier rüber, ich komm hier rüber, ich versuch die Beschissenheit, Ja, ich komm hier rüber, nur nicht so. Jetzt sind wir hier, endlich, wurde auch mal Zeit, da wollte ich schon immer hin. Und, ja, bam, rennen erstmal hier gegen die, äh, gegen die Mauer, Wand, keine Ahnung was, und Stopp, wow, äh, das hat sich jetzt auch voll gelohnt. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal, was ich für diesen Part geplant hab, war, ähm, Herzteile suchen, ich geh jetzt, ah, oh, ah, oh, wie asozial. Okay, bam, stirb, du Mistvieh. Ähm, wir gehen Herzteile suchen, denn, ich glaub, ich weiß noch, wo welche sind. Oh, Churchpad. Bam, boah, boah, stirb. Komm schon, komm hier, komm hier, ich schlitz dich. Schlitz, bam, haha, und er hat sogar ein Herz gedroppt. Das find ich sehr freundlich und sozial von diesem Vieh und von der Wache und von allen anderen find ich das sehr sozial, dass sie manchmal was droppen. Hm, kann ich die Einzelung mit Dingens dann? Ich glaub schon, ne? Ja, cool. Öh, sogar viel länger. Das erleichtert mir die Arbeit ungemein. Denn wir haben jetzt die, ähm, das Bikoron-Armband bekommen von, ähm, nicht von, sondern haben wir geklaut aus dem Tempel, sondern aus der Ruine und haben den Boss gleich mitgekillt und diese Shades Augen gleich mit und den Helmersalking und noch irgendeinen anderen Boss, der eben jetzt entfallen ist, glaub ich. Ich glaub, da waren doch nur drei Bosse, also der Helmersalking, das Augenfiel und der Hauptboss da drin. Aber egal, wir gehen jetzt, erst mal, bam, ins Herzteil. Stirbwache, ist leider nichts gedroppt. Äh, mal nachdenken. Fragezeichen zu aus, genau, hier ist nämlich ein Herzteil auch in der Nähe, was ich noch nicht einsammeln konnte, weil ich das Bikoron-Armband nicht habe, hatte. Im Icy Beach, da war das, genau. Ähm, ich weiß, dass ich als nächstes zum Ice Fortress gehen muss, also, mega. Ja, wir haben ein Piece of Heart gefunden, mega. Ja, wir müssen als nächstes zum Ice Fortress und ich glaub nicht, dass das lustig wird, denn, so wie ich's vermute, wird dort kein normaler Boden sein. Äh, ich denke zumindest. Ich hoffe, dass da irgendwo ab und zu mal ein bisschen normaler Boden ist, aber nur Eisfläche wär scheiße. Ich hab keine Ahnung, was mich da drin erwartet. Aber wir gehen jetzt, erst mal, WTF. Was zur Hölle war das? Ähm. Ähm. Was zur Hölle war das grad? Ich hab keine Ahnung. Irgendwie hat das mein Emulator in letzter Zeit ständig, dass er aus irgendeinem Grund immer aus Versehen mal sich minimiert. Aber falls ihr jetzt das mitgekriegt habt, dann, sorry. Konnte sich nichts gegen machen. Ich hoffe, ihr habt jetzt meinen Desktop nicht gesehen, was eigentlich nicht sein dürfte. Ähm, egal. Schlitz, Bäm. So. Ja, ich weiß jetzt, wie man, ähm, in den, ähm, durch die bla 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 Dingens kommt, ähm, durch die verlorenen Wälder. Ich hab's mir angeguckt. Leider, denn ich hatte absolut keinen Plan, wie ich da durchkommen muss. Ich hatte irgendwie die Kombi SNES im Kopf, aber ich hab keine Ahnung, warum. Egal, wir sind auf jeden Fall gleich da. Hoffen wir mal. Ähm, ne, 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 ich sollte mal 6-Staten. Ähm, ich hoffe jetzt nicht, dass irgendwas dadurch kaputt gegangen ist. Ähm, nein, ich muss nicht nach unten. Stirb. So, wir müssen, nein, das will ich noch haben. Ich bin geldgeil, ich weiß. So. Wir müssen einmal so. Dann hier nach unten. Nach oben. Nach unten. Haha, sag ich doch. Ähm, war hier auch noch ein Herzschwein? Ich wollte gerade gucken, denn hier ist Secret Mido und... Oh Gott, Kettenhunde sind ja auch. Und hier ist Saria's Gardens, glaube ich, drin. Habe ich mich nicht recht irre. Ähm, ja. Die... Oh, fuck. Ich sollte mal aufpassen. Nein, da will ich noch nicht rein. Ähm, ich will erst mal gucken, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Sieht nicht so... Oh, fuck. Ich hasse das. Ja, viel, 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 viel. Boah, stimmt, du Mist. Boah, wie viel hält das Vier aus? Oh, das ist... Boah. WTF? Miniboss oder was hier? Äh, hat mich fast gekillt. So, was haben wir hier Schönes? Sieht nach gar nichts aus. Ah, fuck. Wow. Das war sinnlos, hier hinzugehen. Ehrlich gesagt. Wow. Stirb. Äh. Nein, nein, nein. Oh, Glück gehabt. Okay, das war ziemlich sinnlos, hier hinzugehen. Ähm. Ich hätte in der Lichtwelt hier hingehen sollen, aber da kommt mich momentan nichts hin zurück. Okay, dann gehen wir erst mal weiter erkunden, die Welt, denn... Jetzt haben wir das Corona-Armband und... Aua. Äh, Big Corona-Armband. Und können weitere Sachen erkunden gehen, wenn wir wollen. Und da kommt ein Laser-Vieh. Äh, Feuer-Vieh. Nicht Laser-Vieh. Joah, joah, Link ist stark. Boah, geh weg. Äh, so. Stirb. Äh. Alle tot hier. Bleh. Boah. Egal. Snowy Forest beware of Monsters. Bam. Scheiß auf Monsters. Sie sollen alle sterben gehen. Haha. So. Ähm. Oh, shit. Kakariko Village. Yeah. Ähm. Wo können wir da noch hin? Oh, wir haben kein Ziel mehr, wie es aussieht. Warum war das Ziel da oben? Da war ich doch noch gar nicht. Ähm. 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 War ich da doch schon drin? Ich glaub, da war ich schon einmal drin, oder? Ja, in der Lichtwelt, aber nicht in der Schattenwelt. Ähm. Wo gehen wir jetzt denn? Egal, wir laufen einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Vielleicht finden wir ja was Interessantes. Und rammen einfach jeden Baum, den wir sehen. Und one-hitten diese Gegner jetzt. Mit dem Endhaken. Und ziehen uns voll stylisch von den Gegnern weg, damit die uns nicht töten. WTF? Ist es schon wieder passiert? Ist es schon wieder passiert? Warum? Warum? Mann, das regt mich jetzt auf. Sorry, Leute, aber das regt mich jetzt echt auf. Das ist in letzter Zeit irgendwie öfter, aber das ist auch nur seit gestern so. Das ist mir gestern einmal aufgefallen. Als ich nicht aufgenommen habe, als ich was anderes gezockt habe. Mit jemand anderem zusammen. Ähm. Was war hier? Oh. Hey, du. Üh. Egal. Der Typ ist unwichtig. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Hello. Yeah. Ach ja, das so. Bam. Bam. Ha. Ich bin böse. Nein, bin ich nicht. Ich bin freundlich und lieb. Und töte Monster. Und Menschen, wie man sieht. Weil die mich angreifen wollen. Und Vögel. Und sonstigen Missbar. Komm hier, ich kenne F. Oh. WTF? Warum nicht? Okay, ich habe noch ein Herz. Boah, was war das denn gerade für ein Glitsch? Oh, wie war das denn gerade ein lustiger Grafikglitsch gewesen bei mir. Aber vielleicht habt ihr ihn gesehen. Vielleicht auch nicht. Ich gebe mal erstmal die Sachen hoch. Vielleicht ist da etwas drunter. Nein, leider nicht. Schade. Was sind das für Nöte? War ich hier schon drin? War ich hier schon drin? Ich glaube nicht. War ich hier schon drin? Wow, ein Herz. Ja, ich glaube, hier war ich schon drin. Ja, hier war ich schon drin. Ich erinnere mich. Nein! Oh, ich dachte schon, den kriege ich jetzt nicht mehr. Das wäre so asozial gewesen. Dann wäre ich echt angepisst gewesen. Ehrlich, Leute. Dann wäre ich echt angepisst gewesen. Nein. Oh Gott, Biene. Oh fuck, Biene tötet mich. Oh fuck. Oh nein, nein. Ich habe keine Chance. Oh boy. Ich dachte, die Biene könnte mich killen. Komm hier, Hypersack. Stirb Hypersack. Gib mir Herzen. Och Mann, gib mir doch Herzen. Geh weg. Ich will haben. Ich will haben. Ah, geht doch. Oh. Geh weg, du Misty. Du machst mir zu viel Damage. Boah, ein roter Rubin. Oh Gott. Wache. Boah, der Endhaken ist echt nützlich. Was mache ich überhaupt? Geld farmen oder so? Stirb. Hypersack. Egal, ich kann mich ja schon mal auf den Weg zum IC. Fortschritts machen. Hey, da ist ein Herzteil. Hm, wie komme ich da hin? Ah. Interessant. Na, geh weg. Geh weg. Ich mag dich nicht. Ich will noch das Herzteil da holen. Dann fehlt mir nicht noch eins wieder, um ein neues Herz zu bekommen. So, ich will hoffen, dass ich hier richtig lang, dass ich da oben lang gehen kann. Na, das sieht so aus. So, der Typ ist auch tot. Dann müsste ich jetzt hier zum Herzteil kommen. Ja, juhu. Ich bin beim Herzteil. Ich bin toll. Weil ich ein Herzteil gefunden habe. Bin ich toll. Okay, wo geht's hier lang? Wieder da. Oh, jetzt bin ich ganz anders. Oh, neue Gebiete. Ähm, WTF. Achso. Außersehen auf F3 gekommen, statt auf F2. Wo bin ich jetzt? Aha. Jetzt bin ich hier oben. War ich hier oben schon mal? Ich hab gar keine Ahnung. Hier oben war ich. Aua. Schau mal. Mistviecher. Ach ja, da geht's ja zum Anti-Sword-Beach. Da ist der Potion-Shop. Interessant. Geh ich mal zum Potion-Shop, obwohl ich da schon war. Potion-Shop, hier. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Interessantes. Oh, verpiss dich, du dämliche Fledermaus. Alter, Geier. Verarsche, hier. Bam, tot. Dein Herr und Meister Link hat dich getötet. Nur weil du es verdient hast. Selbst schuld. Boah, ist hier denn echt nix? Natürlich nicht. Heil mich, bitte. Nein, danke. Äh, na, na, na. Guck, ich hab zwei frei. Dann kaufe ich mir auch gleich mal ein bisschen rotes Elixier. Yeah, Red Potion. Ungefähr, endlich rotes Elixier. Ich nenn's immer rotes Elixier, weil ich's auch kennengelernt hab. So, mach'n Mist. Wo? Äh, nein, geh weg! Mistviecher. Boah, ich hasse diese Viecher. Da geht's nicht lang. Ähm, na, 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 na. So, dann gehen wir jetzt mal wieder hier zurück und versuchen mal herauszufinden, was ist mit diesem Scheiß Rätsel auf sichern. Stirb! Ha! Und? Was ist mit diesem Scheiß Rätsel hier bei diesen komischen Dingen hier? Ja, stirb! Dein Meister hat's hier befohlen. Dein Meister ist, hey, ja, dein Meister ist Link. Denn Link ist Meister von allem. Vor allem vom Master, das schwert ich meinen. Äh, na, 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 na. Ich laber wieder Scheiße heute. Aber ist es gut, dass ich Scheiße laber? Denn Scheiße labern ist toll. Wah, geier. Ja. Hm, so. Ey, gib mir AP. Nein, AP. Hm. Hm, 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 hm. Ich raffe immer noch nicht, wofür diese vier Pfeile da waren. Oder da sind. Ähm. Bumm. Vielleicht. Freundlicherweise. Nein. Schade. Oh, haben wir. Haben wir. Scheiß auf Damage. Hä? Wo ist es hin? Wo ist es hin? Weg. Ist weg sein. Warum? Nicht da rein wollen. Muss ich einmal noch ganz... Wow, wow, wow. Vielleicht muss ich einmal noch ein paar Mal drauf rumlaufen. Nein, schade. Das wäre zu einfach gewesen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Daher mache ich das auch gar nicht weiter. Weil ich auch keine Peilung habe, wo es hier lang gehen soll. Also, wo es da reingehen soll. Aber wir werden ja vielleicht später erfahren. Vielleicht von irgendjemandem Penner, der uns das erzählt. Ich zweifle es zwar. Denn so nett ist dieses Spiel nicht. Nach meinen Erfahrungen bisher. Aber wir werden sehen. Ich wollte zum Ice-Fortress. Das fällt mir gerade ein. Ja, ja. So leicht lässt man sich ablenken von dem Herzteil. Man sieht ein Herz und denkt... Ja, haben wir. Wow, epische Ausweich. Ja, man sieht ein Herz und denkt... Wow, haben will. Und geil. Und gaff. Und geil. Und stuff halt. Wow, fuck. Nein. Mistvieh. Geh sterben. Ich mag dich nicht. Stirb. Mega-Ram-Attack. Bam. Hey, gib mir Geld. Gib mir Geld. Gib mir Geld. Ich befehle es dir. Stirb. Ach, gib mir Geld. Mistvieh. Boah, ey, heute drei Aufnahmefades. Einmal, zweimal, ähm, dieser dämliche, komische Minimil-Bug vom Emulator und einmal von mir, weil ich F3 statt F2 gedruckt habe. Aber naja, ich hoffe, das könnt ihr verzeihen, denn es ist lustig, mich feilen zu sehen. Denke ich mal. Ah, fuck. Wenn nicht, dann mega. Dann seht mich trotzdem feilen. Oh, scheiße. Gib mir Herz. Ja, ich sag doch, die geben eigentlich fast immer Herzen. Das ist das Gute an dem. Welcome to the fucking Ice Fortress. Ja, ich hasse es. Ich werde es zumindest lassen. Denke ich mal. So, wo geht's denn hier rein? Ah, da. Gibt es sonst noch irgendwelche Geheimnisse? Ich meine, ich hab noch ein bisschen Zeit. Ich tue mal nachgucken, ob es hier nicht irgendwo was Interessantes gibt. Wie zum Beispiel hier drin. Okay, hier war ich schon. Die Stelle kenne ich noch. Und, ähm, hier. Vielleicht gehen wir erstmal... Ah, fahrt, der hat mir voll den Speer ins Gesicht geschossen. Das ist dann sicher wie Link, aber Link kann das... Okay. Link kann das überleben ohne Probleme. Ich will da oben drauf. What the? Ach so, ja. Hm. Wenn man Sachen ins Wasser schmeißt, kommt ein Fisch raus. Und wenn man einen Fisch ins Wasser schmeißt, gibt er 21 Rubine, wie es bei Link-Tuber-Past euch zeigen wollte, aber... Wow, toll. Ich hab gefehlt, weil ich den Fisch einmal zwei Zentimeter zu weit geschmissen habe. Okay, und, ähm... Ja, ja, hier er irgendwo dran abgeprallt ist und dann ins Wasser gefallen hat. Funktioniert das scheiß nicht. Okay, ich fütter noch einen Fisch. Hier, Fisch. Ess. Gib mir Geld. Och, Mann, der Fisch kommt nicht mal. Der Fisch ist geizig. Aber ich denke, ich mach Schluss für diesen Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei diesem Ice-Fortus. Ciao und bis zum nächsten Mal. Bam!